Hallo zusammen, ich habe so eine Solartasche. Habe ich ein Video gemacht, verlinke ich euch natürlich in der Endcard, aber da gibt es ein riesen Problem. Wenn ihr die Tasche hier auspackt, brauchen wir nicht. Die ist gut eingepackt, zugeklebt für den Weltmeister, ist okay. Und diese Solartasche hier, so ein Koffer, mit hier auf der Seitentasche ist ein Anschlusskabel drin, mit dem Regler und das kann ich ja dann direkt einspeisen. Und da haben wir ein großes Problem damit. Hier kann ich, der Rollwagen geht davon, der kann ich einspeisen, hier plus minus direkt auf die Batterie oder ich mache das Teil hier auf die Batterie und ich stecke dann das hier so mit dem Regler ein. Eine Alternative wäre hier zum Beispiel den Stecker rein zu machen und den Regler hier fest im Fahrzeug zu verbauen. Ist jetzt nicht so vorgesehen, aber das große Problem, das wir momentan haben, diesen Solarkoffer hier, den kann man ja dann auch hier aufmachen. Einmal drücken, Press steht drauf, den kann man hier so auffalten und diese Größe hier, wir haben hier auch Füße zum Unterstellen. Wir haben beim letzten Container, als wir starre Solarzellen gekauft haben, so haben wir noch so eine gute Palette solcher Solarkoffer gekauft. Haben wir Solartaschen gekauft, so wie das hier und das Riesenproblem ist, wir können nicht mehr liefern. Die sind alle weg. Wir sind jetzt mit dem Lieferanten dran, das zu klären, also die kommen aus China, sind wir ehrlich, wie schnell das danach liefern kann, aber die gehen wieder auf Schiff, die gehen, anderes Thema, aber wir können diese Tasche nicht mehr liefern. Punkt. Ausgeschossen. Fertig. Nicht mehr da. Das ist die letzte. Wird abgeholt jetzt dann angeblich. Ja, was ändert? Wir machen hier, statt einem schwarzen Kabel, machen wir ein oranges PUR-Kabel. Also das heißt, wenn so ein Kabel da irgendwo liegt, beim schwarzen, da steht man drauf und beim orangen steht man nicht drauf. Einfach ein massives Kabel, das normalerweise auf Baustellen oder als Verlängerungskabel geliefert wird. Und vielleicht gibt es da den Fragegriff in blau oder so, aber das Hauptsächliche ist, wir können nicht liefern und das Kabel wird dann orange statt schwarz. Der Rest bleibt gleich. Ihr könnt bestellen, wir haben noch gar nicht gelinkt, wir ist gar nicht auf dem Shop drauf, das Teil. Aber wir haben gesagt, wir machen es auch nicht drauf, weil die sind schon weg. Punkt. Fertig. Ein Video gemacht und die Panels sind weg. Oder zwei Videos? Keine Ahnung. Ja, ich bringe wieder ein Video, wenn wir wieder solche Panels haben. Was wir noch haben, ist nur Solar-Koffer. Nur der Koffer ist ja schon stabiler, aber es ist schwerer, es ist knoppiger und so weiter. In der Tasche kann ich reinpacken, ist vom Gewicht her leichter. Hat auch 200 Watt. Eine super Ergänzung zur starren Solaranlage. Eben, wie ich schon gezeigt habe, Panels, das haben wir am Lager, das ist kein Thema. Ja, hier das Video vom Koffer und noch von der Tasche und ein neues kommt, sobald wieder lieferfähig. Ich wünsche euch einen schönen Tag.